Aufsäs Aufsäs ist eine Gemeinde in der fränkischen Schweiz, die bekannt ist für ihre Brauereidichte. Hintergrund Die Gemeinde Aufsäs ist wegen ihrer Brauereidichte bekannt und erhielt dafür einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde 2001. Den 1.317 Einwohnern stehen vier Brauereien gegenüber, mit 330 Einwohnern pro Brauerei die höchste Brauereidichte der Welt. Folgende Ortsteile bilden die Gemeinde Aufsäs. Aufsäs, der Hauptort mit Brauerei und Schloss. Dörnhof minus. Heckenhof, mit Brauerei Gartibreu, dem Treffpunkt der Motorradfahrer. Hochstall, mit Brauerei Reichold. Hunshof minus. Kobesberg minus. Neuhaus, mit Bergkirche. Oberaufsäs minus. Sachsendorf, mit Brauerei Starter. Zorchenreuth minus. Mit dem Flugzeug der nächstgelegene Flughafen ist der Flughafen Nürnberg ca. anderthalb Stunden, Anreise über der A73, entfernt. Mit Bahn und Bus die nächsten Bahnhöfe sind in Bamberg, ICE, Bayreuth und Ebermannstadt, dann weiter mit dem Bus. Der öffentliche Nahverkehr der Metropolregion Nürnberg wird vom Verkehrsverbund Großraum Nürnberg VGN betrieben. Es ist möglich, mit einem Ticket verschiedene Verkehrsmittel, wie Bus, Zug, S-Bahn oder U-Bahn zu nutzen. Die Tickets können online oder über eine App erworben werden. Auf der Straße von der Autobahn Bamberg, Nürnberg bei der Ausfahrt vor Eichheim Süd abfahren, auf der B470 nach Ebermannstadt dann abbiegen Richtung Heiligenstadt und dort Ausschilderung Richtung Aufsäs folgen. Die Burgenstraße führt durch den Ort. Mobilität Das Taxi-Unternehmenort, Telefonnummer plus 49, 9198, 998877, E-Mail, taxi.at.online.de, aus Aufsäß bietet Taxifahrten und Transferservices an. Zum Beispiel Abholung vom Bahnhof oder vom Etappenziel einer Wanderung. Für größere Gruppen besteht auch die Möglichkeit einen Busservice zu bestellen. Jeden Samstagabend fährt der Freizeitbus im Landkreis Bayreuth die gängigen Diskotheken und Tanzsäle an. Sehenswürdigkeiten Die Bergkirche ist über 130 Jahre alt, ihre Barockaltäre und eine Frühbarock-Madonna, ca. 1710, sind Erbstücke aus einer alten Kirche, die schon um 1500 auf dem Friedhof stand. Ist ein ehemaliger Amtssitz der Herren von Aufsäs aus dem 17. Jahrhundert, an der Giebelseite gibt es noch Reste eines Rundturms. Aktivitäten Die vier Brauereien sind mit Brauereien weg verbunden, etwa 14 Kilometer, vier Stunden Gehzeit, vier Brauerei-Gasthöfe, zwei Schlösser. Ein Muss für jeden Bierfreund, jedoch sollte die Heimfahrt vorher organisiert werden. An schönen Wochenenden im Sommer laufen komplette Busladungen den Weg, wer es etwas ruhiger möchte sollte unter der Woche laufen, muss jedoch auf die Ruhetage der Brauereien achten. Erste Etappe, 5 Kilometer, Aufsäs, Sachsendorf, Brauerei Starter Zweite Etappe, 5 Kilometer, Sachsendorf, Hochstall, Brauerei Reichold Dritte Etappe, 2 Kilometer, Hochstall, Heckenhof, Brauerei Katibreu mit der Möglichkeit, etwa 6 Kilometer, über Krugbräu in Breite-Lersau zu erweitern. Vierte Etappe, 2 Kilometer, Heckenhof, Aufsäs, Brauerei Rotenbach Eine Brauereiführung in einer der Brauereien zur Weiterbildung sollten nicht fehlen. Wandern entlang des Flüsschen Aufsäs vom Ort Aufsäs bis Doos, wo die Aufsäs in die Wiesend mündet, Streckenlänge etwa 11 Kilometer. Das Tal zählt zu den schönsten, natürlichsten und ruhigsten Tälern der Fränkischen Schweiz, zwischen Wüstenstein und Doos gibt es im Tal der Aufsäs außer einer Querung bis heute keine Straße. Regelmäßige Veranstaltungen Kirchweih in Hochstall im Juli Kirchweih in Heckenhof am 4. Sonntag im August Kirchweih in Sachsendorf und Sochenreuth Anfang September Kirchweih in Aufsäs und Neuhaus Ende September Kirchweih in Hochstall im November Einkaufen Abhof Verkauf regionaler Produkte aus der Landwirtschaft, Reinhold Steinlein, Sochenreuth 14, Aufsäs, Telefonnummer 09204-319 Küche Die vier Brauereien des Ortes sind über den Brauereienweg miteinander verbunden Nachtleben Das Nachtleben findet in den Gasthäusern und im Sommer in den Biergärten statt. Zu Musik und Tanz sind es nur wenige Kilometer in Stanz-Centerkrog im benachbarten Breiten-Lesau. Wohnmobil-Stellplätze Direkt am Parkplatz der in Hochstall mit Stellplätzen auf Wiese und Asphalt, mit einer Wehr- und Entsorgungsstation mit Stromanschluss, Wasserentnahme, Sanitäreinrichtungen, Entsorgungsmöglichkeit, Liegewiese, Spielplatz und Brötchendienst im Gasthof. Ausflüge Wer den Brauereienweg um eine Brauerei und etwa 6 Kilometer erweitern möchte, von Hochstall aus sind es nur 3 Kilometer zu einer weiteren Brauerei.